Man hat ja nur als Gastgeber einer so großen Unterhaltungsshow wie dieser, sagen wir mal, einen gewissen Einfluss auf die Gästeliste. Da gibt es also viele Wünsche und wenn die sich erfüllen, ist man glücklich. Ich bin jetzt glücklich, denn sie ist da. Sie ist eine interessante Frau und ausdrucksstarke Sängerin. Mit ihren Texten spricht sie Frauen aus tiefster Seele und Männern erteilt sie, ganz charmant, Nachhilfeunterricht. Und weil wir gerade bei Nachhilfeunterricht sind, Frauen sollte man nie warten lassen. Hier ist Gitte Henning! Du meinst nicht etwas, das bleibt und ich will mich ändern. Du fragst, was mich immer treibt, ich frag, was dich hegt. Gegenwie sind wir beide, so wie Sonne und Mond. Du möchtest alles verstehen, ich will alles erfüllen. Du glaubst nur das, was wir sehen, ich glaub nur einem Traum. Und doch kommt es vor, wenn ich dich berühr, Dass sie in mir die Kälte nicht mehr spür. Ich stell mir vor, ich könnte sein wie du Und dir etwas gebe. Dann möchte ich in dir vergehen, Will diese Welt mit deinen Augen sehen, Doch ich weiß wohl, wenn ich so wert wie du, Wenn ich mein Leben Jeder sehnt sich nach dem Anderen Jeder ist allein Wie Sonne und Mond Wie Sonne und Mond So wie Sonne und Mond Und doch kommt es vor, wenn ich dich berühr, Dass ich in mir die Kälte nicht mehr spür. Ich stell mir vor, ich könnte sein wie du Und dir etwas gebe. Dann möchte ich in dir vergehen, Will diese Welt mit deinen Augen sehen, Doch ich weiß wohl, wenn ich so wert wie du, Verlier ich mein Leben Und doch kommt es vor, wenn ich dich berühr, Dass ich in mir die Kälte nicht mehr spür. Vielen Dank.